Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu The Last Tinker. Zuletzt haben wir den Bösen geholfen. Wir sind jetzt hier im farbleren Raum, da vorne das entfernte Gemälde von uns und wir müssen einen Weg nach draußen finden. Wo geht's raus? Etwas rot, wir rennen. Hallo, da lang, ein Hinweis. Okay, okay, es muss ein Traum sein, alle sind entfärbt. Oh nein, 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 es wird so hoch. Keiner Entschlag. Lass mich raus. Da geht's raus. Ne, da geht's nicht raus. Damit, wo geht's? Ah, da. Oh. Abgefahren. Abgefahren. Abfangen. Abgefahren. Ich find den Weg nach draußen. Äh. Wo? Und raus. Eiswürfel zerklopfen. Okay. Die Bleiche kommt. Ach, das Bleiche? Dachtest du ja Schnee. Nein, raus. Natürlich Farben, Bleiche. Ja, natürlich. Sehr logisch. Der Minja ist sprinten. Ja, ja. Ich sprinte. Ich sprinte. Flucht. Nein. 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 Sind wir gebleicht? Oh, oh. Tapp. Geht's dir gut, Tapp. Oh nein. Was? Was geschieht? Ja, verschwinden. Sofort. Ist auch alles nicht mehr so farbenfroh, sondern ziemlich dunkel. Schon wieder Flucht. Oh nein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Flucht vor der Bleiche. Nein, 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 nein. Nicht bleichen. Und hopf, 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 hopf. Und weiter. Was ist los? Wo ist all die Farben? Ich weiß nicht. Was soll ich tun? Äh, keine Ahnung. Äh, flüchten. Oh nein. Äh, ich bin tot. Nein. Wo geht's lang? Da lang. Aua. Oh, ich bin aber gut getroffen. Ach so. Oh, ich hab nur noch einen Lebensenergiepunkt. Äh, ich brauch um den... Ich brauch um den Fass. Da. Okay. Wo lang? Fuck. Nein, ich will doch die... Schwierig. Die Liane hoch. Die Bleiche kommt. Ausweichen. Was denn? Geht's da doch nicht lang? Sag mir den Weg. Doch. Weiß ich nicht. Ach so. Das ist so. Okay. Okay. Sprüh nochmal. Okay. Ja, wir haben's geschafft. Okay. Zum Marktbezirk. Auf. Wir müssen da hin. Ja. Ja, alles klar. Viel Glück. Danke. Okay. Äh, da. Oh, wir müssen schnell rüber. Bleiche kommt. Bleiche kommt. Bleiche kommt. Flucht vor der Bleiche. Oh, Mist. Da geht's nicht lang. Da geht's lang. Oh, schwierig. Und... Nein, da lang nicht. Ähm, da. Nein. Auch nicht. Schnell, 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 schnell. Und da. Okay, weiter. Irgendlang. Flucht. Flucht, 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 Flucht und hüpf, hüpf, hüpf und da und... Ja. Wir flüchten. Angriff der Killer-Bleiche. Oh, 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 verdammt. Schnell. Du kannst ihnen nichts tun. Okay. Okay. Ähm, kann ich hier ausweichen? Okay. Okay. Ähm. Ach. Oh, die Bleiche. Und hoch. Was? Du bist fast da, ja. Los geht's. Oh, Mist. Ähm. Okay, noch ein bisschen Energie einsammeln. Ich wusste nicht mehr, wie ich springe. In der Hektik. Okay. Tor ist auf der anderen Seite. Ja. Machen wir. Nein. Oh, springt er nicht. Und nochmal. Weiter, 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 weiter. Und weiter geht's. Nein, abgerutscht. Mist. Ah, jetzt nochmal mit Ruhe, komm. Kondensation. Und hoch. Ein bisschen Energie holen. Okay. Und rein. Uh. Die Musik ist sehr geil für mich. Geschafft. Wow, 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 wow. Gas geben. Nee. Habt ihr stehen? Okay. Auf zum Marktbezirk. Tauschen wieder kaputt. Ah, ich hab zur Farbe von höchster Qualität. Wir leben unsere Arbeit. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Achso, wir müssen selber aufmachen. Okay. Wo lang? Da lang. Okay. Oh. Was ist jetzt das? Das ist jetzt der doch noch kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Was passiert? Ich folge den roten Zeichen. Äh. Welch ne roten Zeichen? Kann ich euch verprügeln? Nein. Okay. Ich folge den roten Zeichen. Welch ne roten Zeichen? Ist doch alles rot. Muss ich da durch? Nicht da. Nein. Kann ich nicht. Okay. Noch ein bisschen Energie eingesammelt. Und dann. Ah. Rote Zeichen. Ich verstehe. Jetzt hat auch der Minas das Ganze verstanden. Wollen aber noch ein bisschen Energie für unterwegs. Deswegen nehmen wir hier die Kisten mit. Okay. Okay. Hallo Jungs. Doch, doch. Lass mich rein. Beschütze den Schalter. Okay. 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 Dass ich immer alles mit Fäusten regeln muss, gefällt mir gar nicht. Lass mich doch durch. Die Welt geht unter. Die Bleiche kommt. Und nein. Ja. Ja. Bewegt eure Schuppen hinter. Jawohl. So. Schalter drücken. Sehr schön. Ja. Ich hole den Zeichen. Ja. 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 die sind in schlechter verfassung so geht es ja ganz gut oder klar wir sind gut wir lassen sich auf das niveau dieser widerlichen roten bolso crew ein gut dann doch 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 und abfahrt ich wollte mal gucken wie man springt aber da geht es auf jeden fall nicht weiter und weiter geht es oh nein oh mein gott ok kraken lass mich raus und los geht es vom pinsel 1 von 5 ok gehen wir nun runter macht er runter und am ruf und durch und und geschafft sehr gut und oh das sieht nicht gut aus ok energie ist ok kann man die irgendwie kann man nicht befreien mit schlägen aufgesicht was machst du hier jetzt wird ein bisschen ruhiger nein ich werde dich nicht vergessen wie du mich ja beim rennen vergessen hast ne freund ein pinseln ein pinsel kann man irgendwie gelaufen ich brauche ich brauche energie ich brauche keine energie ich bin immer noch da war noch kisten ok wo geht es lang und durch und da lang Mist muss man doch ein bisschen mehr balancieren nicht einfach drauf los nicht einfach drauf los rennen ich bin gewohnt hier einfach los zu sprinten und dann muss man auf einmal avanzieren ok nein 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 lasst mich drohen attacke wo sind wir denn hier wo sind wir hier auf jeden fall mal voller energie haa wir sind beim roten entschuldigung ja hört man ok ok was geschieht die bleiche zerstört die Stadt ok wie sollen wir es denn aufhalten mit einem riesigen Geschmuck es ist ein dicker so so ja ein bleichspucker bleiche bekämpft und deshalb habe ich hergesen ok und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt ok wir sind ein roter Tinker wir springen hier runter ok und jetzt 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 Und attacke. So, wieder Balanceakt. Okay, kommt her. Und Abfahrt. Ah ja. Und hopf. So. Bei der Macht der roten Farbe. Wow. So, weiter geht's. Jetzt hab ich's raus wieder mit Hüften. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ein Schleimspucker. Okay. Oh fuck. Okay. Und jetzt wieder. Kleiner weißer. Attacke. Und zack, 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 zack. Attacke. So jetzt. Gibt's auf die rote Zunge. Oh Mist. Und wo sind sie? Komm, lass dir nochmal auf die Zunge schlagen. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Dem bleiche Spucker. Schön. Alles wieder rot. Gut. Genau. Wann ich heute gerade? Na dann los. Ab zum Marktplatz. Äh. Wo ist er hin? Da hinten. Äh. Wie geht's hier raus? Äh. Ach da. Und sprung. Wann ich den hier helfen? Kann ich den hier helfen? So. Ich hab euch befreit Jungs. Seid lieb in Zukunft. Okay. Alles klar. Ich kümmere mich drum. Besiege die Schießer. Alles klar. So. Wie komm ich hier hoch? Moment. Wie gehst du schon wieder raus? Ah, da. Hier. Nee. Da geht's auf jeden Fall nicht. Hm. Ups. Und. Besiege die Schießer. Muss ich das doch draußen machen? Ich lauf mal weiter. Ah. Okay. Sieht so aus, als müsste ich die erstmal, ne? Wie komm ich da oben rein? Ah, hier, oder? Nein. Wie komm ich denn zu denen da? Ah, da. Ah, da. Sehr gut. Zack. Und hoch. Und. Energie aufsammeln. So, haben wir noch ne Kiste? Nein, leider nicht. Aber da rüben. So. Das hättet ihr aber auch machen können, ihr Helden. So. So, raus hier. Ich hab's geschafft. Na klar. Ab zum Marktplatz. So, wir haben's geschafft. Wir haben die Bleiche besiegt. Wir haben die Spucker besiegt. Und, äh, wir haben den Tempel der Roten. Farbe gerettet. Wir sind am Ende einer Folge. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier gezeigt hab, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Teil von The Last Tinker wieder, wenn wir zum Marktplatz gehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.